so leute willkommen wieder zurück zu Let's Play Star Wars Kinect und ich bin Frosty und wir fangen jetzt auf ein Schiff und fliegen wieder und what the fuck okay ähm hier diesen rüber zu irgendwo und ja okay okay im Flugs geht's anzuwenden und ja heißt hier ausreichend zurückkleudern und hoffen dass die Schweine sterben okay ich wuchtel ich hab die jetzt eigentlich voll geschnitten okay nochmal und nochmal warum gehen die nicht rauf jedoch will noch einer was wir hatten noch nicht und 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 komm da müssen wir wieder zurückschleudern anscheinend boah ist der verrückt ach an wir sind die doch der hat sie doch nicht mal ja ganz knapp boah killstrike komm anvisieren anvisieren so wie ihr auch vielleicht schon längst gesehen habt man kann hier ähm mit mehreren also zu zweit spielen natürlicherweise auch schöne idee dass sowas noch klappt und boah ach Gott Prozent was war das entsprung komm schon recht muss mich hat grüße bieten hier So, jetzt dürfen wir auch wieder anscheinend Spinnen-Druiden töten. Oder umlegen, besser gesagt. Oder auch nicht. Meist hätte man es ja so wie Yoda machen können. Ah, ja nein. Weg mit ihr. Okay, es hat von mir. Ich hätte hier noch einer. Ich glaube, jetzt ist da noch genug Zeit. Und wieder ist einer da. Oder teilweise down. Okay. Wow, wow, wow. Die kommen gleich. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Sieh doch irgendwas an, wie sie beißt. Komm, der da oben. Runter mit dir. Ah, den hat es jetzt mal wunderbar erwischt. Ja, der ist, glaube ich, mit Zukunft zu zielen. Komm. Weg, mach doch kaputt. Jetzt geht er. So. Ah. Er kollabiert. Und klitscht ein Baum und weiß auch sicher, dass er das gemacht hat. Ja, äh, wieder eine wundergeil, äh, wunderbar geile Musik, natürlich. Äh, eine absolut geile Mission. Aber ich habe mir gerade gefallen. Ziemlich viel Abwechslung durch Lichtschwert, Machtschub, Machtgriff und, ähm, ja, Bomben werfen. So was man hat. Hm. Mm-hmm. Oh-oh. Das war's für heute. Okay, wir haben's jetzt gegen Songkrieger zu tun. Und ein Match, ist das nicht cool? Oh, das war ja fast Feld. Das war gerade im Fame. Ah, nein, 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 er hat uns erwischt. Und, und, und. Ah, Mann, rittet er uns, Drecksack. Okay, und. Geht doch. Und fechteln, und fechteln. Links, rechts, links, rechts. Komm, was machst du? Zeig dich. Oben. Ja, das war. Angetäuscht anscheinend. Von der Drecksau. Gut, der hat doch mal gesessen. So, warum ich hin und her mache, nur weil, äh, das ist das eigentlichste ist, was man machen kann eigentlich. Wenn man's so sieht. Hat der... Ah, scheiß, das war außen. Sieht jedes Mal so aus, wie er's von oben macht. Ah, da hat er uns diesmal erst erwischt. Und. Ah, jetzt hat er uns wieder. Ich muss abwarten, bis dieses Kugel-Dings da in der Mitte geht ab. Und wieder. Längs, rechts, in dein verdammtes Gesicht. Was machst du jetzt? Unten. Ah, Mann. Der kann nur so oft angreifen, weil das Kinect jetzt nicht gerade erkennt, was ich mache. Und. Das geht aber ab, ey. Das geht aber ab. Schon wieder hat's Kinect nicht erkannt. Okay. Auto. Ich voll fast nie. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ha, das war doch was. Noch eine Runde. Also jetzt reicht's aber hier. Ja, das sehe ich auch, dass ich blocken muss. Aber das erkennt ja nicht, der zu Kennekt so schnell. Oder gescheit. Das kann doch sein, dass es vielleicht zu dunkel ist im Raum. Ah, wenn sich das mal eine Richtung ausgesucht hat, dann geht es nur in diese Richtung. Und wieder nichts. Das ist ein echt übler langer Kampf wieder. Was machst du jetzt? Achso, äh, wir sollen denn finishen. Puh, war doch was. Willkommen, Willkommen. Ich hoffe, Sie hatten bisher einen angenehmen Tag. Ihr Wookie-Freund war sehr eifrig. Und ich denke, dass wir beinahe startbereit sind. Sind Sie aufgeregt? Ich bin es. Ich bin TC38 und sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Willkommen an Bord der Star Runner. Oh, es tut mir leid. Die Antriebskupplungen scheinen defekt zu sein. Äh, wir... Meine Güte. Okay, anscheinend war es das jetzt wieder, ähm, mit dieser Folge. Achso. Tschau Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.